Willkommen zum KeinLimit Podcast. Wir sind Nico und Alex, erfolgreiche Unternehmer und eure persönlichen Coaches. Jede Woche verraten wir euch die Geheimnisse der erfolgreichsten Menschen der Welt, die ihr braucht, um eure Ziele zu erreichen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Lehnt euch zurück und los geht's. So, moin Leute. Herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge von KeinLimit. Heute wird's mega, mega wichtig mal wieder. Auf jeden Fall. Das Thema ist nämlich Plane dein Leben. Also ist es im Prinzip die absolute Grundlage für alle Dinge, die ihr später mal machen wollt. Und ja, wir wollen euch heute zeigen, wie ihr euch ein Leben plant, wie ihr es euch immer vorgestellt habt. Und da haben wir nebenbei auch direkt zwei Buchempfehlungen dabei, nämlich einmal das Café am Rande der Welt. Kennt ihr vielleicht schon von unserer anderen Podcast-Folge. Und The Big Five for Life. Auf jeden Fall. Bei der Gelegenheit auch noch ein kleiner Shoutout an unsere Instagram-Channels, weil wir immer wieder mitbekommen, dass Leute persönlich mit uns Kontakt aufnehmen können. Instagram ist die beste Möglichkeit dafür. Ihr findet uns unter at Nico Schork oder at Alex Giesecke. Schreibt uns einfach an. Checkt mal die Bilder ab. Wir geben uns da echt Mühe. Also wirklich. Cool. In dem Sinne, Leute, ab geht's. Ab geht's. Warum ist das überhaupt wichtig, das Thema? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich dumme Frage. Merke ich gerade. Weil ich glaube, das Verständnis dafür, dass es wichtig ist, sein Leben zu planen oder im Griff zu haben, hat jeder irgendwo. Aber wir wollen es nochmal ein bisschen anschaulicher machen. Wenn ihr gerade unterwegs seid, dann macht es vielleicht später. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, nehmt ein Blatt Papier im Querformat vor euch und malt einen Strich von links nach rechts. So, erstmal das. Wenn ihr das habt, dann malt ihr oder zeichnet ihr auf diesem Strich Zeitspannen ein. Und zwar von 10 bis 80. Immer in Zehnerschritten. Das heißt, im Idealfall hat euer Blatt Papier dann am Anfang 10, 20, 30, 40, 50. Einfach so ein Zeitstrahl. Und jetzt malt ihr einen Punkt ungefähr bei der Linie 25 und einen Punkt ungefähr bei der Linie 65. So, ihr ahnt es vielleicht schon, wenn ihr die zwei Punkte mit einem Halbkreis verbindet, dann habt ihr in dieser Fläche den Bereich, in dem ihr normalerweise arbeitet. Vielleicht sogar einen Ticken länger, wahrscheinlich sogar einen Ticken länger, weil die Rente ja erhöht wird. Also das Alter, nicht die Rente. Aber genau, ihr seht es dann plötzlich vor euch, dieses Bild, was ihr eigentlich oder wie viel Zeit ihr eigentlich für die Arbeit aufwenden werdet und wie sehr das eigentlich euer Leben in Anspruch nehmen wird. Und genau da merkt ihr dann plötzlich, erstens, wie wenig Zeit ihr eigentlich habt. Also ihr seid wahrscheinlich so um die 20 Linie rum. Und zweitens, wie wichtig es ist, sich auszusuchen, was man arbeitet, damit man nicht die meiste Zeit seines Lebens damit verbringt, irgendeine Scheiße zu machen. Und wenn ihr das verstanden habt, habt ihr schon mal so eine Grundmotivation, erstmal den Podcast weiterzuhören, aber dann auch euer eigenes Leben zu planen. Und jetzt ist ja die große Frage, wie geht ihr vor, wenn ihr euer Leben planen wollt? Und da wollen wir euch einfach so ein bisschen eine Step-für-Step-Anleitung geben, wie ihr da vorgehen könnt. Und der allererste Schritt ist die Sterbebettübung oder die eure Beerdigungübung. Das ist ziemlich hart eigentlich, aber extrem, extrem effektiv. Deswegen nehmt euch einfach mal Zeit nach dem Podcast und stellt euch vor, dass ihr jetzt auf eurem Sterbebett liegt und euer Leben quasi so vor euren Augen vorbeiläuft. Und dann ist die große Frage, was wollt ihr da sehen? Was wollt ihr in eurem Leben erlebt haben? Was wollt ihr für ein Mensch sein? Da hilft dann auch gut die Übung, dass ihr euch vorstellt, ist es eure Beerdigung? Da steht jemand am Rednerpult und erzählt über euer Leben. Was wollt ihr, dass er erzählt? Was soll er erzählen, was ihr für ein Mensch seid? Wie ihr mit eurer Familie umgegangen seid? Was ihr erreicht habt? Alles das, das müsst ihr euch alles vorstellen. Wie wollt ihr später mal wahrgenommen werden? Oder was wollt ihr auch alles erlebt sein? Gibt es dann Momente, wo ihr sagen würdet, fuck, da habe ich was bereut, warum habe ich das nie gemacht? Das sind alles Sachen, die euch in dem Moment in den Kopf kommen und das müsst ihr dann alles runterschreiben. Ihr schreibt runter, was dieser Typ auf der Rede sagt über euch, was ihr für ein Mensch seid. Ihr schreibt runter, was ihr bereut. Ihr schreibt alles runter, wie euer Leben in dem Moment aussehen soll und was ihr da sehen wollt. Dann habt ihr erstmal ein riesiges Blatt, wo das alles draufsteht. Das ist die allererste Übung. Jetzt ist das Problem, wenn ihr dieses riesige Blatt habt, dann stehen da tausend Sachen drauf und ihr habt keine Ahnung, was ihr jetzt denn eigentlich machen sollt, weil ihr könnt ja nicht jetzt einfach anfangen, das alles irgendwie umzusetzen. Und deswegen ist der zweite Schritt quasi, dass ihr dann anfangen, das Ganze zu priorisieren. Und das allerwichtigste ist, euer Zweck der Existenz, quasi die Frage, warum seid ihr eigentlich hier? Das ist eine verdammt schwierige Frage, aber wenn ihr diese Beerdigungsübung, Sterbebettübung gemacht habt, dann ist es viel einfacher darauf zu kommen, weil ihr euch ja damit gerade auseinandergesetzt habt. Das heißt, ihr guckt euch quasi diese komplette Liste an und sucht darauf die eine Sache, die eure Frage beantwortet, warum seid ihr auf der Welt? Genau die eine Sache sucht ihr. Es wird auf keinen Fall eine einfache Aufgabe sein, aber wenn ihr diese erste Übung richtig gemacht habt, dann steht die irgendwo da drauf. Und diese Sache sucht ihr und das ist dann euer Zweck der Existenz, also der Grund, warum ihr hier seid. Und das kann dann zum Beispiel sowas sein, ich möchte helfen, anderen Menschen das Beste aus sich rauszuholen. Oder ich möchte die Welt besser machen, indem ich das und das tue. Also es gibt ja diese, es gibt einfach Leute, die sind von Grund auf die Einstellung, die wollen Arzt werden, weil sie anderen helfen wollen. Und wenn das zum Beispiel euer Zweck der Existenz ist, dann steht er da drauf und den müsst ihr finden. Ganz, ganz wichtig. Absolut, saugeil gesagt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ihr eure Big Five for Life finden müsst. Und ja, wie gesagt, der Gedanke stammt aus dem Buch Big Five for Life. Big Five bedeutet, oder ist eine Analogie zu den Tieren, die Leute auf ihrer Afrika-Safari unbedingt gesehen haben wollen. Danach wird praktisch der Erfolg der Reise bemessen. Wenn ihr drei dieser Big Five, da könnt ihr mal googeln, welche Tiere das sind, gesehen habt, dann ist es eine durchschnittliche Reise gewesen. Vier war schon verdammt gut und fünf ist mega außergewöhnlich. Deswegen, das Bild könnt ihr eins zu eins auf euer Leben übertragen. Was sind die fünf Dinge, die ihr getan, erlebt oder whatever haben wollt, damit ihr am Ende eures Lebens sagen könnt, geil, dieses Leben hat sich gelohnt. Und wenn ihr diese Übung gemacht habt mit dem Sterbebett oder mit der Beerdigung, dann werden diese Dinge da irgendwo versteckt stehen. Oder sie stehen sogar schon eindeutig da drauf. Deswegen schaut euch diese Liste mal an als Inspiration. Vielleicht fallen euch noch mehr Dinge ein, nachdem ihr das jetzt gehört habt. Und schreibt euch dann die fünf Dinge raus, die am wichtigsten für euch sind. Was sind die allerwichtigsten fünf Dinge, die ihr am Ende eures Lebens gemacht haben wollt, worauf ihr stolz sein wollt. Und wenn ihr die beiden Sachen habt, ZTE und ZTE ist die Abkürzung für Zweck der Existenz und Big Five, dann hängt euch das ins Zimmer, damit ihr das jeden Tag seht. So könnt ihr euch nämlich immer daran erinnern, warum ihr gerade morgens aufsteht, das, was ihr macht und so weiter. Und ihr könnt auch immer checken, ist das, was ihr gerade wirklich macht, etwas, was diese Dinge unterstützt. Okay, wenn ihr das habt, dann habt ihr schon mal eine grobe Vorstellung. Da hängt es so an der Wand, denkt ihr so, coole Sache, wäre eigentlich ganz lustig. Aber ihr habt noch keinen Zeitplan. Also ihr wisst nicht, wann ihr die Dinge machen müsst. Und die Leute, die uns kennen, die wissen, wir müssen immer eine Deadline festlegen, wann Ziele erreicht sein müssen, sonst sind es nämlich keine Ziele. Deswegen geht nochmal auf euren Zeitstrahl zurück, den ihr vorher mal gemacht hattet, mit diesen 10, 20, 30 und so weiter. Und tragt dort die fünf Dinge ein, wann ihr sie erreicht haben wollt. Am besten nicht alle gleichzeitig, das ist ein bisschen unrealistisch. Aber tragt sie euch so ein, dass es für euch machbar ist und ihr wirklich zufrieden bei dem Gedanken seid. Und einmal könnt ihr das machen und wenn ihr das gemacht habt, dann fällt euch plötzlich auf, ey krass, ich kann eigentlich noch viel mehr planen. Warum plane ich nicht einfach, wann ich mal eine Familie gründen will oder wann ich wo leben will. Wirklich euer komplett, ihr habt dann auf diesem Blatt Papier euer komplettes Leben und es ist ein krankes Gefühl. Das können wir euch wirklich sagen, wenn ihr, ihr guckt auf das Ding und das seid ihr. Das ist eure Zukunft und die könnt ihr selber aktiv bestimmen. Es ist so ein, einmal so eine Mischung, also sowas zumindest bei mir, so eine Mischung aus übel motivierend, aber gleichzeitig auch total überwältigend. Und irgendwie auch, das macht ein bisschen Angst, wenn man das sieht, weil man genau weiß, kacke, da hört es dann auf. Am rechten Rand vom Papier ist Schluss, da gibt es dann nichts mehr. Aber das zeigt euch eben auch, wie wichtig es ist, dass ihr das definiert. Und dann kann ich euch auch noch einen persönlichen Tipp geben. Ich mache es zum Beispiel mit deiner Freundin so, dass wir im Schlafzimmer unsere Vorbilder haben, also einfach wirklich berühmte Persönlichkeiten, die wir cool finden. Und dann unten drunter aber noch ein Zeitstrahl, genau das, was wir gerade erzählt haben. Das hängt bei uns im Schlafzimmer, sodass wir da jeden Morgen drauf gucken können und gucken, sind wir on track. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das echt eine coole Motivation ist. Sehr, sehr geil, sehr geil. Und jetzt ganz zum Schluss, wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, seid euch bewusst, dass es sein kann, dass sich dieser Zweck der Existenz und diese Big Five, dass die sich verändern. Das müsst ihr euch von Anfang an bewusst machen und auch damit umgehen können. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwann merkt, so richtig dieser Zweck der Existenz, der reißt mich nicht mehr mit, das ist es nicht mehr. Dann müsst ihr euch auf jeden Fall damit auseinandersetzen und den überarbeiten. Genauso für die Big Five. Wenn ihr morgens aufsteht und dann diese Big Five seht und langsam anfangen zu zweifeln, dann ist das ein extrem schlechtes, also kein schlechtes Signal, aber dann ist es ein Signal dafür, dass ihr daran was ändert. Und deswegen ist es wichtig, wenn ihr daran was ändert, dann ist das nichts Schlechtes. Ihr seid nicht gescheitert oder so, ihr habt euch einfach verändert, ihr werdet ein anderer Mensch. Mit 18 waren wir ja komplett andere Leute und jetzt ein paar Jahre später haben wir halt andere Ziele. Wenn wir die gleichen ZTEs und Big Five wie damals gehabt hätten, dann wären wir jetzt total die Assis. Also ich zumindest. Deswegen, und da können wir auch einfügen, da wurden wir schon öfter auf Veranstaltungen drüber angesprochen, dass viele Angst vor dieser Veränderung haben. Und das als Grund dafür nehmen, nicht anzufangen. Also gerade wenn man so in dem Alter 18, 20 ist. Das Leben, man ist so in der Zeit, wo sich alles verändert und das wird oft als Angst und vielleicht als Ausrede benutzt, sich über sowas Gedanken zu machen. Weil man Angst hat und nicht weiß, wie soll ich mit 16, 18, 20, wie soll ich da entscheiden, dass mein Leben später mal aussieht. Aber gerade dann ist es trotzdem wichtig, sich eben diese Gedanken zu machen, damit man schon mal die richtige Richtung ansteuern kann. Ihr könnt mit 16 schon ziemlich gut sagen, wie ihr euch euer Leben mal grob später vorstellt. Und selbst wenn sich alles umschmeißt, war es egal. Es ist wichtig, dass ihr mit 16, mit 18 anfangt darüber nachzudenken und schon proaktiv diese Entscheidung trefft. Einfach auch mit dem Bewusstsein, es kann sich ändern, aber ihr habt euch schon mal damit auseinandergesetzt. Deswegen, wenn ihr Angst habt und wir werden auch oft gefragt, ja aber was ist, wenn man nicht weiß, was das Ziel ist? Ich habe kein Ziel. Dann setzt euch damit auseinander, macht diese Beerdigungsübungen. Ihr könnt auf jeden Fall mit 16 grob sagen, wie ihr euch euer Leben vorstellt. Und setzt euch da dann direkt die ersten Ziele. Und wenn die sich verändern, ist es nicht schlimm, aber fangt an. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn ihr nichts macht, dann kommt genau die Situation, dass ihr einfach nur, ja wie so ein Blatt über den Fluss schwimmt. Vergleiche kann ich gut, merkt ihr. Vergleiche kann ich. Ihr lauft dann einfach durchs Leben und irgendwas passiert und ihr reagiert einfach nur darauf. Aber das wollt ihr nicht. Ihr wollt erfolgreich sein. Ihr sagt selbst, wie euer Leben aussieht. Und als du das gerade gesagt hast, Alex, man sieht sein Leben vor sich. Es ist so Angst, also man hat so Angst, aber es ist so ein krankes Gefühl, wenn ihr euch das aufzeichnet. Dann habt ihr einen Fahrplan und ihr könnt diesen Fahrplan beeinflussen. Das ist das Geile. Deswegen fangt an, egal wenn es sich verändert, aber fangt an. Sehr geil gesagt. Sehr geil. Ich will da nur ganz kurz noch ergänzen. Es gibt Leute, die euch sagen werden, ach, das ist doch viel zu früh, du hast doch noch Zeit. Ja. Das Witzige ist, es gibt keine Zwischenphase zwischen ich habe noch Zeit und ich habe keine Zeit mehr. Fällt euch das auf? Ja. Leute, die du das sagen, die sagen ewig lang, ach ja, ich habe ja noch Zeit und irgendwann kommt plötzlich der Switch von einem Tag auf den anderen. Fuck, ich bin zu alt. Es gibt keinen Moment, ach ja, jetzt ist die richtige Zeit. Weil, also der Moment kommt nie von diesen Leuten. Deswegen, wie es Nico, Nico hat es gerade wirklich perfekt gesagt, fangt so früh an wie möglich. Es gibt keine Ausrede, das nicht zu machen. Weil es ist nie zu früh. Für irgendwas, für ein Instrument ist es nie zu früh. Lasst euch das nicht einreden. Für sich die Ziele zu setzen erst recht nicht. Lasst euch das auf keinen Fall einreden. Wenn euch das Lehrer sagen, dann geht vor, klatscht den einen und geht wieder zurück auf den Platz. Oder ruft uns an, dann kommen wir vorbei. Ja genau, ruft uns auch besser an, das macht richtig Bock. Nein, ohne Witz, setzt euch ganz früh Ziel und hört nicht auf diese Leute. Weil die einzigen Leute, die euch sagen werden, dass es zu früh ist, sich darüber Gedanken zu machen, sind die, die es selber falsch machen. Erfolgreiche Leute würden euch niemals sagen, dass es zu früh ist, darüber nachzudenken. Niemals. Das sind diejenigen, die sagen, du kommst auf die Welt, du machst die Scheiße jetzt sofort. Nach der Geburt. Nein, aber ihr versteht, was wir meinen. Macht das auf jeden Fall sofort. Deswegen zusammengefasst, ihr habt eine begrenzte Zeit. Ich glaube, wir haben das ganz gut rausgearbeitet. Dieses Blatt Papier, diese paar Zentimeter von links nach rechts, das ist euer fucking Leben. Ihr müsst dieses Leben rechtzeitig planen. Weil es gibt keine Zwischenphase zwischen, ich habe noch Zeit und es ist zu spät, denn irgendwann ist es sofort zu spät. Und dann kommt lieber nicht dahin. Hängt euch das dann an die Wand, wenn ihr es habt, sodass ihr es jeden Tag seht und wirklich jeden Tag motiviert seid. Ihr müsst wissen, warum ihr auf dieser Welt seid. Und das Geile ist, viele Leute versuchen diesen Sinn des Lebens zu finden, aber da gibt es nichts zu finden. Es gibt keinen Sinn des Lebens, wenn du dir den nicht selber setzt. Du setzt dir den fucking Sinn des Lebens. Da wird keiner um die Ecke kommen, hier klingeln, Ding Dong, ey, ich habe einen Sinn für das Leben für dich. Das ist einfach das, was du dir selbst sagst. Weil wir können es so sagen, wir sind nicht sinnvoller als irgendeine fucking Biene, die irgendwo auf einem Feld Honig produziert. Die ist sogar noch sinnvoller als wir. Die macht wenigstens was, was andere ernährt. Wir machen nichts. Deswegen definiert das selber für euch. Und das Letzte ist, checkt regelmäßig, ob die Sachen noch zu euch passen und wenn nicht, nehmt Anpassungen vor. Denn ihr müsst euch wohlfühlen mit dem Gedanken, dass ihr eure ZTEs und Speak5 definiert habt. Geil. So ein geiles Schlusswort. Auf jeden Fall, wenn euch das alles jetzt ein bisschen zu schnell ging, diese Kurzanleitung. Ihr kennt ja wahrscheinlich unser Buch Kein Limit. Falls nicht, dann jetzt hier die direkte Empfehlung dafür. Weil wir haben eigentlich ein Drittel dieses Buches beschäftigt sich genau mit dieser Anleitung, wie man seinen Sinn findet und wie man auf seine Ziele kommt. Ich glaube, das ist ein echt, wenn man, es ist so wichtig, dass man auf seine Ziele kommt und sich damit auseinandersetzt und dass man dann das Ziel erreicht. Eigentlich geht es, es geht immer in den ganzen Erfolgssachen darum, dass man dieses Ziel erreicht. Aber, oder wie man dieses Ziel erreicht. Aber das ist eigentlich nur zweitrangig. Weil wenn du das richtige Ziel gefunden hast, wenn du hast, wofür du brennst, dann ist das alles, was danach kommt, die ganzen Prinzipien und schlag mich tot und wie du effektiver arbeitest. Das ist zweitrangig. Aber es ist so wichtig, dass du verstehst, dass man sich das richtige Ziel setzen muss und dass du damit glücklich werden musst und dass das dein Zweck der Existenz ist. Deswegen, ich bin voll abgeschweift, wir haben in unserem Buch Kein Limit. Ein Drittel davon ist eine komplette Anleitung, die ihr durcharbeiten könnt. Wir haben dann auch Downloads, da könnt ihr euch runterladen zum Ausfüllen, sodass ihr am Ende wirklich diese Anleitung habt, wie ihr auf eure Ziele kommt. Weil so ging es uns mit 18. Wir hatten keinen Plan. Mit 18 war ich der Meinung, ich bin, wie soll ich entscheiden, wie mein Leben später aussieht. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert. Ihr könnt mit 18 so eine Entscheidung schon treffen. Deswegen, wenn ihr die Anleitung braucht, holt euch auf jeden Fall unser Buch Kein Limit. Einfach mal bei Amazon eingeben. Ganz genau. In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen mal wieder oder zuhören. Empfehlt diesen Podcast bitte weiter an Leute, von denen ihr glaubt, dass sie auch davon profitieren können. Wir sind auch sehr am Anfang, wir haben gerade erst angefangen. Aber unser Ziel ist es, dass dieser Kein Limit Podcast einer der bekanntesten Podcasts in Deutschland für dieses Thema wird, weil es einfach verdammt wichtig ist, dass die Leute dieses Zeug anwenden. Es ist lebensverändert. Stellt euch einfach eine Welt vor, in der alle Schüler und Studenten diese Prinzipien im Kopf haben und danach leben. Was für ein krasses Niveau wir da erschaffen. Da werden so viele triviale Probleme gelöst, indem einfach Leute das richtige Mindset haben. Und das, dazu wollen wir beitragen und ihr könnt dazu eben beitragen, indem ihr diesen Podcast oder unser Buch verbreitet. Deswegen danke euch schon mal für die Unterstützung, auch an alle, die uns bisher unterstützt haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.